Oh, sieh an! Besuch! Ich würde euch ja unterhalten, aber das ist viel zu anstrengend. Er ruht sich nur aus. Der arme Kerl war sehr müde. Ihr wollt euch uns doch sicher auch anschließen. Möchtet ihr euch nicht einfach hinlegen und das alles vergessen? Alles hinter euch lassen? Das ist lächerlich. Ich lege mich noch nicht auf einen Boden, der voller Blut und klebrig ist. Wir müssen durchhalten und kämpfen. Widersteht! Ihr müsst widerstehen! Sonst sind wir alle verloren! Warum kämpft ihr dagegen an? Ihr verdient mehr. Ihr verdient eine Ruhepause. Die Welt dreht sich auch ohne euch weiter. Der Ruhepause Ja neck وس Untertitelung des ZDF, 2020